Das ist ein schöner Moment, als wir sehen, dass Marcel Haustenberg bereit ist, um die Freie zu entdecken. Ein erstes Outing für ihn in der aktuellen Kampagne. Ja, bevor all dieses Injury-Stuff von Marcel Haustenberg begann, war er wirklich einer der stärksten lefte Backs, der nicht nur auf deutschem Fußball war, sondern auch auf europäischem Fußball, aufgrund dessen Platz, dessen leften Fuß und der Physik. Ja, fühlt sich gut an. Letzte Woche dabei gewesen zu sein mit den Jungs wieder, den Rhythmus zu haben, die Reise, Spiel, Atmosphäre, hat einfach Spaß gemacht. Und gerade hier in meiner Heimat gegen 96 die Spielminuten zu bekommen, da natürlich auch großer Dank ans Trainerteam, mir das Vertrauen zu geben, war eine sehr, sehr lange Zeit, Line-Zeit. In den Monaten viel passiert und ich bin überglücklich, dass ich wieder auf dem Platz bin. Halzte ist natürlich die schönste Geschichte am heutigen Abend. Wir sind einfach sehr, sehr glücklich und stolz auf ihn, dass er so schnell zurückgekommen ist. Die Spielersatz-Trainings-Einheiten, die waren schon sehr gut. Er hat da einfach Freude gehabt. Es ist schön, ihn lachend zu sehen. Und wir haben gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, kriegst du heute in Hannover in deiner Heimat Spielminuten. das haben wir generieren können. Und ja, sehr schön. Die Spielersatz-Trainings-Einheiten Die Spielersatz-Trainings-Einheiten Die Spielersatz-Einheiten